Wir erhoffen uns, den guten Kontakt zu den Studierenden, sie kennenzulernen, die Schwerpunkte zu sehen hier in der Ost, um auch herauszufinden, wie wir in Zukunft zusammen arbeiten können und mit was wir rechnen können. Die Kontaktspräche von der Ostin sind für uns als Firma optimal, um Studenten und Studentinnen kennenzulernen und sie können von uns einen Einblick gewinnen, wie wir als Firma aufgeschätzt sind und wie wir so ein wenig ticken. Unser Beruf hat Fachrechtemangel und wenn man schon früh in Kontakt kommt mit den Studenten, hat man die Möglichkeit, eine Bindung aufzubauen und die Bindung vielleicht auch stärken in Zukunft. Und unter Umständen landen diese Leute dann bei uns in Unternehmen. Ostschweizer Fachhochschule, wo Wissen wirkt. Und hier Jung bereits unter Ochschuören wirkt. Oder wenn du es knifst für früher mit deinem Raum verlierst.